Willkommen bei der Food Show und willkommen McDonalds mit dem nagelneuen Big Florida Beach. Die Big Florida Beach, ihr habt ja im Vorschaubild schon gesehen, das sind die beiden, hier stehen sie auch schon, sind auch noch warm, ich habe mich sehr beeilt, damit ich es hinbekommen habe. Die gehören zur aktuellen Surf and Taste Collection, da gab es ja vor ein paar Tagen, jetzt bis zum 7.8., also bis gestern, heute muss der 8. sein, ist heute der 8.? Ich blieb ja manchmal ein bisschen hinter der Zeit oder vor der Zeit gefühlt. Genau, vom 15. bis zum 7.8., also bis gestern, gab es den Big South California, den habe ich für euch auch getestet, den verlinke ich euch am Ende auch nochmal, den fand ich so okay als Burger, aber jetzt nicht wirklich berauschend und jetzt bekommt er vom 8.8. bis zum 1.9. den Florida Beach. Da habe ich ja sehr gehofft, dass es wirklich was anderes ist, als der South Beach, und nicht irgendwie nur eine Soße getauscht wurde oder sonstiges. Das ist ja leider sehr, sehr oft bei solchen Sachen. Aber er sieht komplett anders aus und er sieht extrem frisch aus, muss ich sagen, weil sehr viele Zutaten drauf sind. Ich lese die euch mal kurz vor. Man soll sich ja vorstellen, dass man gerade am warmen Sand der Küste Floridas vorbeigeht. Das ist ja schon ganz nett, aber weißt du, was das noch toppt? Das wäre der Florida Beach von McDonalds. Werbetexter. Der Big Florida Beach ist mit saftigem Rindfleisch oder mit Chicken. Ich habe beide Versionen mitgenommen. Krossenbegen, fruchtiger Tomate, knackigen Salat, schmelzenden Cheese, dazu rote Zwiebeln, Gurkenscheiben, ich habe auch echt so noch geguckt, Labbergurken zum Glück. Das werdet ihr gleich in der Nahaufnahme sehen, die habe ich schon vorgedreht. Und eine cremige Cocktailsoße und dazu ein Beach-Bun. Das ist von der Kombi frisch, da könnte was Gutes drin sein. Die Soße, da wird es natürlich rausreißen. Wir werden jetzt in die Nahaufnahme gehen und werden die Dinger auch gleich probieren. Kalorienmäßig ist natürlich noch interessant. Ich blende euch am Ende nochmal richtig ein, die Kalorien. Aber wir liegen bei dem Big Florida Beach bei sensationellen 341 Kalorien pro Portion. Nein, das kann nicht passen. 870, ja, das passt. Das ist ein bisschen falsch geschrieben hier. 870 Kalorien bei Beef und Chicken müsste ein bisschen mehr haben. Ich gucke nochmal schnell. Der Chicken liegt bei, ne, der hat sogar weniger, verrückt. Der Chicken hat weniger als der Beef? Ja, 797. Also, wenn ihr den Chicken-Version nimmt, wo ich mit der Kanade jetzt mit mehr gerechnet habe. Aber der Chicken ist kalorienärmer. Jetzt ist aber das Wichtigste, Nahaufnahme und dann wird probiert. Also, bis gleich. So, und da sind sie die beiden in der Nahaufnahme nochmal. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier schon ein bisschen getürmt, damit ihr das besser sehen könnt. Also, wir sehen die Cocktailsoße. Wir sehen Gurken, frische. Wo ich ja kein Fan von... Ne, ist es ein Salat? Ist es eine Sandwich-Gurke? Ja, es sind Sandwich-Gurken. Es sind Sandwich-Gurken. Soße wurde nicht gespart. Vielleicht hat auch geholfen, dass ich gesagt habe, dass ich sie für YouTube drehen möchte. Rote Zwiebeln, Salat, Tomate, Bacon, 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 ich liebe Bacon, Käse, auch ein schönes Ding, plus Patty und aber unten keine Soße. Ich finde das immer so schade, dass unten keine Soße ist. Aber naja, das ist die Beef-Version. Chicken müsste genauso aufgebaut sein. Ja, gute Gurken, viel Soße. Die Gurke fällt auch raus. Ich gucke gerade noch mal. Ja, es ist eine Laber-Gurke. Ja, Laber-Gurken, das sind die besten Gurken. Und hier ist der Bacon unten. Komischerweise. Also hier ist er mittendrin, hier ist er unten. Keine Soße. Das Patty von oben, was Patty, sage ich schon. Das Band von oben, seht ihr, hat auch diese Wellenlinien mit so ein bisschen Krams drauf. Muss ich gleich nochmal gucken, was es war. Vielleicht habe ich es euch auch schon gesagt. Aber sie sieht lecker aus. Und ich habe die Soße schon mal gerade probiert und die Soße ist echt nicht schlecht. Also ich bin gespannt. Und schön finde ich auch noch auf dem Karton, das könnt ihr hier sehen, steht noch die Kartons von der Florida Beach. Denn es wurden halt die Kartons einheitlich. Das war ja der vorige. Und das sind jetzt die beiden neun, die ja ab den 8.8. im Handel bekommt. Und jetzt probieren wir sie. Also, bis gleich. So, Nahaufnahme habt ihr gesehen. Also, wie gesagt, sehen gut aus. Jetzt ist die Frage, schmecken die Teile auch? Wir fangen mit Chicken an. Chicken ist ja meistens das Trockenere. Ich bin gespannt. Ich finde das Band wirklich gut gelungen. Also optisch. Aber jetzt ist das bisschen, wie schmeckt der Guter? Hier muss ich sagen, wie der Cocktailsoße schmeckt dieses leichte zitronige Panale, der Hähnchen, super geil. Das ist so eine schöne Frische. Ich gucke einmal kurz, was da runtergefallen war. So, so ein Salat. Naja. Mein Boden ist sauber. Und ich bin ja jetzt auch nicht so, wenn was runterfällt, gleich wegschmeißen. Und der schmeckt. Den Chicken, finde ich, schmeckt richtig lecker. Also, weitaus besser als der South California, muss ich sagen. Könnte aber auch daran liegen, dass ich ewig keine Cocktailsoße gegessen habe und wieder vergessen habe, wie geil manchmal Cocktailsoße ist. Aber der harmoniert gut mit dem Chicken zusammen. Wir probieren direkt die Beef-Version. Ich hoffe, es tropfe jetzt nicht direkt wieder runter. Auch gut? Auch gut. Boah, hast du da was zu kauen, ey? Also, so voll wie die gepackt sind, hier ist jetzt noch ein Stück Gurke rausgefallen. Rechtfertig für mich den Preis. Ich finde sie lecker. Ich finde den Chicken einfach noch geiler. Also, der Chicken ist hier wirklich, der mich wirklich voll überzeugt. Der Beef schmeckt auch lecker, aber der Chicken bringt mit dieser Zitronenhähnchensoße, ähm, mit dieser leichte Zitronenhähnchen, was da drin ist, schmeckt, finde ich, noch ein Ticken geiler. Und gibt von mir Punkte auf jeden Fall. 4,5. Kein Minger Burger, aber ein frischer, leckerer Burger. Aber den würde ich mir nochmal kaufen, also den finde ich echt lecker. Ja, und der Beef kriegt eine, ja, knappe 4. Also der Beef ist ein bisschen schlechter, der kriegt eine knappe 4. Der Chicken kriegt eine 4,5. Eine 5 ist es nicht, aber der ist echt lecker. Lege ich euch ans Herz. Wie gesagt, ihr habt jetzt ein paar Tage Zeit, wenn ihr die probieren wollt. Wie gesagt, bis zum 1.9., als 1. September, hafter Zeit, die Dinger auszuprobieren. Kosten, glaube ich, 6,99 Euro. Ich habe leider den Kassenbon nicht mitgekriegt, war im Drive. Und ich habe noch das Eis mitgenommen. Ihr werdet also jetzt gleich noch eine Verlinkung finden zu den neuen McFlurry mit Leyen. Den habe ich mir nämlich auch mitgenommen. Den gibt es nämlich auch gerade ganz frisch. Und dann sage ich jetzt, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke für neue Videos. Macht ein Abo hier, macht das Abo vielleicht hier. Also eins von beiden ist das gleiche, aber eins von beiden bitte aktivieren. Wir müssen hier die 1.000 voll kriegen. Und guckt euch eins dieser beiden Videos an von den anderen beiden Bürgern. Und ich freue mich, euch in den nächsten meiner Videos wiederzusehen. Oder vielleicht schon beim Lion-Eyes. Also bis gleich oder bis dann. Ciao, euer Bob.